Hi Leute, ich bin heute bei Janina und wir drehen die Chubby Bunny Challenge. Ja. Falls ihr nicht wisst, was die Chubby Bunny Challenge ist, es geht darum, sich möglichst viele Marshmallows in den Mund zu stopfen und immer zu sagen Chubby Bunny. Chubby Bunny. Okay, ich posessioniere mal hier unseren Kotzeimer. Ja, extra Kotzeimer vorher geholt. Und das sind vegane Marshmallows und Rizantine. So, können wir diese Champagne jetzt auch ein bisschen machen? Ja. Ich fang an, ja? Okay. So. Chubby Bunny. Ich glaube, das ist eine bessere Mutter. Ja. Aber das ist nicht fair. Chubby Bunny. Ich habe das Video von Zoella und Alfie gesehen, das war richtig unfair. Er hat so einen großen Mund und sie so einen, okay. Chubby Bunny. Aber die schmecken gut. Ich werde die machen echt gut. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Oh man, der bei mir war's jetzt schon knapp. Ich habe das Gefühl, die gehen auf mit dem... Ich habe dicke Wacken. Chubby Bunny. Ich sehe schon, ich war dir nicht. Chubby Bunny. Hallo? Ich kann da gerade so geredet. Chubby Bunny. Verdammt. Chubby Bunny. Ich kann da schnellen, wenn ich mein B Wheel. Ich will, ich muss sie hören. Ich will. Ich will. Ich will. Ich will. Und. Also, ich will. Ich will. Also, ich will. Ich habe es eingefallen, ja? Ich habe es eingefallen, ja? Ich habe es eingefallen. Ich habe es eingefallen. Er hat ja echt gedacht, da passen mehr rein. Das ist ein Ohr, das ist Döö. Was? Ich habe gesagt, ich werde mich auch mal entledigen. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 8, 9, 10. Ich glaube aber du hast klar gewonnen. Ja, ich habe gewonnen. Oh Mann. Ja, ich würde sagen, ich habe auch mal die Chubby Bunny Challenge erledigt. Die schmecken echt gut. Vielleicht sagst du noch, wo du die herrhaltst. Von Tee gut. Bei uns. Und die mag auch halt Dandys. Ich schreibe es in die Infobox, wie die genau heißen. Die schmecken sehr gut. Lecker und sehr schön. Ich finde die schmecken sogar ein bisschen besser. Die sind nicht so fluffig. Die sind ein bisschen fester. Die sind besser. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns über eine Bewertung freuen. Wir haben uns hier schön Marshmallows in den Mund gestopft. Wenn ihr jetzt noch ein Video von uns sehen wollt. Wir haben nämlich noch auf Janinas Kanal ein Video getreten. Und zwar die Babyfood-Challenge, aber auch mit Essen. Dann klickt einfach auf sie jetzt drauf. Falls ihr Handy oder Tablet oder sowas, ihr findet den Link auch in der Infobox. Und abonniert sie, wenn ihr auf ihrem Kanal seid, weil sie ist cool. Also dann schaut jetzt das Video an bei ihr. Und wir sehen uns dann bald wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.